Boah, ich freu mich voll auf Hogwarts. Kannst du schon was zaubern? Klar, ich kann machen, dass die Luft stinkt. Soll ich mal? Ja. Aber... Was riecht denn hier so eklig? Hat hier einer ihn abgedrückt? Ne. Oi, übt ihr Zaubertricks? Lass mal sehen. Hokus pokus. Eine meine Hex Hex. Alter, du kannst ja mal ja nicht. Ich zeig dir jetzt mal, wie das richtig geht. Ich hab schon ein paar mal geübt, wa? Klappt mir auch schon voll gut. Uff, ihr passt. Avada Kedavra.